Ich habe vor circa einer Stunde ein Video hochgeladen mit dem Titel Diego Maradona ist tot. Daraufhin habe ich mich entschieden, ein weiteres Video hochzuladen. Dieses Mal aber die letzte Aufnahme von Maradona, bevor er gestorben ist. Ich habe endlich ein Video gefunden, was sehr nahe am Sterbetag von Diego Maradona war. In dem Video sieht man, dass es eine Party war. Eine Party, beziehungsweise ein Fest zu Hause, wo Diego Maradona tanzt. Man merkt aber in dem Video, dass Maradona echt ein bisschen alt geworden ist. Es ist schwer zu erklären, aber man hat es leicht gemerkt. Andere, die im Alter von 60 Jahren, würden sich besser bewegen. Man muss mit einem bedenken, dass Maradona ja ein Spitzensportler war. Immer wenn ich dieses Video sehe, tut mir aber trotzdem das Herz leicht weh, weil ich mir denke, dieses Video war dann einer der letzten Videos von Diego Maradona und dann ist er gestorben, was einen wirklich sehr traurig macht. Genießen wir einfach das letzte Video von Diego Maradona, wo er noch glücklich ist. Danke, Diego Maradona, für diese großartige Zeit. Danke für die Zeit, wo ich Fußball gehuckt habe und der Kommentator die ganze Zeit geschrien hat, Goal, Maradona, Goal, Goal. Diese Zeit, diese legendäre Zeit werde ich niemals vergessen, Diggi. Das war's. Ciao. Ich hoffe, Diggi. Bis zum nächsten Mal.